Okay, da wir jetzt langsam soweit sind, können wir hier auch die Treppe entfernen. Oh, jetzt hat er seine Steine alle weggeworfen, das ist blöd. Oh, sie führen jetzt hier wieder auf, das ist wiederum besser. Ich meine, genau sowas ist hier falsch gelaufen. Ja, die vier sollten für Steine sein. Achso, ich hab die für Ziegel gemacht. Okay. Habe ich wohl aus Versehen mal für Ziegel eingestellt. Oder kurzfristig für Ziegel eingestellt gehabt. Ach nö, mein Bauteil, ähm, meine Bodenformung ist weg. So, dann formen wir hier den Boden. Ah ja, du sollst den entfernen, auf dem du gerade stehst. So. So. Okay. ja hier machen sie sich gerade selber ein bisschen das leben schwer weil es die steine abbauen die sie wieder aufgebaut haben ich kann halt den steinbruch nicht verschieben von der größe es ist ein teufelskreis deswegen dass ich sie jetzt erstmal dazu machen ja ich denke ich werde sie dann später den berg hier abtragen lassen damit ich weiter an steine komme fürs fundament und für andere sachen oh oh da wird einer wieder stein hier habe ich eigentlich verboten so da ist erlaubt da ist jetzt erlaubt was soll weil ich den ausgewählt habe also ich werde ich einem sage nimmt da weg lad hier ab kann er nicht dann lasse ich ihn jetzt abladen oh sind wir hier fertig gut das heißt da stehe ich wieder auf stein das heißt du kannst gelöscht werden und wir machen den hier weg so genau auf die höhe nur steine bitte und die treppe ja gut die treppe kann da hin dann fangt mal an jetzt können sie auf einmal cheaten und brauchen nur fünf dann dann ja ich das ich das ich 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 So, mach das mal hier. Dann haben wir schon mal eine Fläche. Achso, da wurde noch nicht mal fertig. Doof. Laufen, drehen, runterspringen. Der springt tatsächlich da runter. Achso, da unten ist was. Okay. Helf dir mal da raus. Okay. Es kommt da echt nicht hoch. Oh. Okay. Das war's für heute. Okay, hier sollte ich wirklich die Kante auch ein bisschen auffüllen. So, gut sie eben geht. Hier alles zu begradigen. Ich hoffe mal die Breakthorns, die können sich nicht einbauen. Sollten wir vielleicht auf der Seite dann auch begradigen? Begradigen. So war das zwar nicht gemeint, aber auch gut. So, stimmt das hier so? Ja. Kann ich den hier nicht einfach kopieren irgendwie? Nö. Also mache ich einfach mehrere. Okay. 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 Mann, da lernen sie sich so viele Steine liegen. Ach ne, das wollte ich nicht enger ziehen, ich wollte es nicht verschieben, ich will es höher machen. So. So. Mhm. Ja, unser Bauplatz nimmt langsam Form an. Wie gesagt, nachher weggraben kann ich immer wieder. So. 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 jetzt dürfte es keine Eidler mehr geben. So. 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 Da holt er wieder vor da Steine. So, du kannst ruhig da oben schon mal ein Stück vor der Treppe einreißen.